Hallo und herzlich willkommen zu den neuen Peer-to-Peer-Kredite-News. Heute sprechen wir über das mögliche Ende von Right Choice Finance auf Bonster. Es geht um den Geburtstag von Monifit Smart Saver. Wir sprechen über ein Problem auf dem Zweitmarkt von Lande. Ich erkläre euch, was der Grand Sale bei InRento ist. Und wir schauen uns eine neue, originelle Idee einer P2P-Plattform an, wie man das Interesse der Investoren auf sich zieht. Ja, aber anfangen tun wir mit einem unschönen Thema. Ich hatte euch ja in der letzten Woche berichtet, dass der Bonster-Kreditgeber Right Choice Finance in ernsthafte Schwierigkeiten gerutscht ist. Und in der letzten Woche sollte es aber auch eine Einigung und ein Statement an die Bonster-Investoren geben. Nicht nur das Statement ist ausgeblieben, sondern sie haben scheinbar auch direkt ihre ganze Webpräsenz offline genommen und das nun auch schon seit einigen Tagen. Man muss nun wahrscheinlich kein P2P-Experte mehr sein, um zu wissen, wie das enden könnte. Sollte es dazu kommen, dann wäre das ein schwerer Schlag für Bonster-Anleger und auch die Plattform selbst. Denn laut deren Statistik beträgt die Portfoliogröße von Right Choice Finance fast 15 Millionen Euro. Und damit sind sie mit fast 20 Prozent der zweitgrößte Kreditgeber des tschechischen P2P-Marktplatzes. In dieser Woche soll es nochmal einen Termin zwischen der Plattform und dem Kreditgeber geben. Man kann nur hoffen, dass es hier gute Nachrichten gibt. Danach aussehen tut es aber leider nicht. Ich selbst bin hier nicht investiert, aber mich würde natürlich interessieren, wie stark Bonster-Investoren hier betroffen sind. Schreibt euren prozentualen Ausfall gerne in die Kommentare, wenn ihr betroffen seid. Allen Anlegern wünsche ich in jedem Fall einen guten Ausgang dieser Geschichte. Die News Nummer 2. Ja, wer hätte das gedacht? Das Credit-Star-Produkt Monofit Smart Saver hat in der letzten Woche Geburtstag gefeiert. Als mehr oder weniger Bondora Goin Grow Kopie gestartet, wird es heute sogar von vielen bevorzugt und bietet Features, die der in Anführungsstrichen große Bruder nicht hat. Beispielsweise kann man per Kreditkarte einzahlen oder mit dem Loyalty-Programm seine Rendite bis auf über 8 Prozent erhöhen. Nur an der Reputation des Mutterunternehmens Credit-Star, da muss wohl noch gearbeitet werden. Seit dem Start von Monofit Smart Saver hat diese sich eher noch verschlimmert. Auch wenn man mittlerweile die Pending Payments auf Mintos abgebaut oder besser gesagt zur Plattform Ländermarket verschoben hat, da helfen auch leider Erklärbeiträge wenig, die zeigen sollen, was genau mit den Smart Saver-Geldern passiert. So richtig abkaufen tut man es ihnen nicht. Dennoch, das Produkt ist aus meiner Sicht ein wirklich guter Wurf geworden und wenn sie das Reputationsproblem in den Griff bekommen, dann werden sie sicher noch viele Geburtstage feiern. Die News Nummer 3. In den letzten Wochen haben viele Lande-Investoren ihren Unmut darüber geäußert, dass einige Projekte nicht auf dem Zweitmarkt verkauft werden können und man erkannte keine Logik dahinter, welche Projekte das nun betrifft und welche nicht. Ich habe die Plattform dann auf euren Wunsch hingebeten, dies einmal per Mail an die Investoren eindeutig zu erklären. Das haben sie auch gemacht und es werden hier weder Möglichkeiten mutwillig blockiert, noch bestimmte Investoren aus Willkür eingeschränkt. Es gibt aktuell intern Probleme mit ausstehenden Zahlungen, die nicht korrekt verbucht wurden und die manuell geprüft werden müssen. Das Thema sollte sich also mit der Zeit auflösen. Einen genauen Zeitrahmen gab man hier aber nicht. Übrigens hat mein eigenes Portfolio bei Lande in der letzten Woche die 10.000 Euro überschritten und wird Anfang 2024 hoffentlich erstmals die 100 Euro Zinsen im Monat knacken. Die News Nummer 4. Aufgrund der Beliebtheit von InRento bekomme ich auch immer mehr Fragen zu dieser Plattform. Zuletzt fiel mir auf, dass viele Investoren der Plattform wohl nicht verstehen, was der Grand Sale ist, da InRento auch immer wieder in ihren Newslettern darauf hinweist. An sich ist das Thema aber leicht zu verstehen und betrifft die meisten von uns wahrscheinlich sowieso nicht. Der Grand Sale wurde eingeführt, um institutionellen und wohlhabenderen Anlegern zu ermöglichen, ihre Position schnell zu liquidieren. Damit können diese beispielsweise 50.000 oder 100.000 Euro direkt auf den Markt werfen und wir kleineren Investoren, wir können dann diese Krümel einsammeln, als wären es im Grunde neue Projekte. Ist dieses Projekt schon weiter fortgeschritten, profitieren wir direkt dann von den Wertsteigerungen und haben zudem so die Möglichkeit in ältere und schon gereifte Projekte zu investieren, die eigentlich nicht mehr zu kaufen sind. Und damit kommen wir zu unserer letzten News. Was sehr originell ist, hat sich die noch junge, aber immer beliebter werdende Immobilienplattform Fintown einfallen lassen. Hier könnt ihr eine siebentägige Kite-Safari nach Ägypten mit dem Gründer der Plattform und anderen Investoren auf einer luxuriösen Yacht gewinnen. Zugelassen sind coolerweise nicht nur Investoren der Plattform, sondern alle Teilnehmer. Wenn man das lockere Kleingeld hat, dann kann man diese Reise auch direkt für 2.500 Euro kaufen oder man nimmt an der Verlosung von drei Tickets teil, indem man einfach das entsprechende Formular ausfüllt. Das habe ich euch im Blogartikel verlinkt, den ihr in den Schaunnot findet. Die Reise findet vom 23. bis 30. März 2024 statt. Eine schöne Idee auf jeden Fall. Und ich würde auch selbst daran teilnehmen, bin jedoch leider in der Zeit schon anderweitig verplant. Zu Luxus-Yacht-Trips, das würde ich mir natürlich öfter von mehreren Plattformen wünschen. Ich glaube, ich muss in dieser Woche mal einige ernsthafte Telefonate führen. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.